Jo Leute, Willkommen zurück zu Final Fantasy 9 Ja, in diesem Part müssen wir wieder einmal einen Basilisten fertig machen Und bewundert euch das nicht, normalerweise müsste sie dann gleich in dem Trunks-Zustand sein Aber der ist schon weg, weil ich nach der letzten Nacht auch ne Pause gemacht hatte Und die Plättchen ausgemacht hat und das hier wieder zocken musste, weil ich keinen Spalter gewonnen habe Deswegen ist der Trunks schon weg, ich bitte euch dies zu entschuldigen Und wir machen einfach mal weiter, ist das ein natürlicher Feind der Gang in Tula? Pass auf, das sieht gefährlich aus als das letzte Mal Als das letztes Mal eigentlich, egal Nicht so wichtig Obwohl müssen wir jetzt wieder den Basilisten fertig machen Und wir müssen ihn beklauen, denn er hat auch einen neuen Stock für Vivi Den wir brauchen werden, denke ich Eigentlich brauchen wir jede Waffe Passt mal, wir sind als erster dran Und klauen ihm gleich den Ogerstock Wahnsinn, geil Erstechen Oh, wir haben vergessen, Dings zu heilen, warte mal Oder ich habe vergessen, Dings zu heilen, als ich hier zu Helge schockt habe Weiter beklauen, wir hatten schon noch irgendwas Wollen wir mit Blitzrad angreifen Wollen wir mit Blitzrad angreifen Obwohl ich glaube, er ist schwach gegen Eis, ich bin mir nicht sicher Ich bin mir nicht sicher Vielleicht wird er geklaut, jawoll Oh, er ist dran Ich glaube, die Ländchen brauche ich gegen ihn einsetzen Ich glaube, das hilft bei ihm nicht Komm, wir brauchen wir müssen mit Eisra Wir können doch einmal mal gucken Das Mal, wir müssen verheilen Gucken, was er zu Eisra sagt Oh, da ist er, da ist er noch im Das ist nicht mehr so immun gegen Ach komm, wir greifen ihn jetzt einfach an Weil das Wichtigste haben wir eigentlich Ultraschall, was macht das? Ach ey, das macht er so Zieht jetzt auch weniger ab Ich hoffe mal nicht, ey Ich hoffe, die werden wieder groß Und wenn er sich jetzt zusammenrollt, dann... Oh oh Wenn er sowas macht, dann brauchen wir ihn nicht angreifen Weil ich glaube, das bringt ja nichts Ich gucke es mal Ah ne, ich glaube, wir dürfen ihn ja nicht angreifen, oder? Naja, genau Jetzt kann ich doch nämlich an Mutter Erde Mutter Erde, das klingt nicht gut Und gerade für Vivi ist das jetzt ganz schwierig Ich glaube, er zieht ihm jetzt doppelt so viel ab Weil er so klein ist Und auch gar nichts Boah, fick dich, Alter, was denn noch? Warte mal, hilft da... Haben wir da irgendwas dagegen? Natürlich nicht Das zieht ja gar nichts mehr ab 14 Hilft denn da hin? Was hat denn der für Zustand? Oh, das hilft Haben wir noch irgendwas? Was haben wir noch alles? Neurose? Neurose haben wir ja nicht Wir haben irgendwas anderes, aber ich weiß ja nicht, was es ist Ich möchte mich wieder groß sein, danke Ich möchte mich wieder groß sein, danke So lange es sich zusammenrollt, kräft uns auch nicht an, deswegen... Ja wirklich, okay gut Weiß Bescheid Macht doch was denn willst, Junge Komm, wir heilen wir uns noch mal schnell Vivi kann ein bisschen sammeln Hohohohohohohock Oh komm, ich guck mal, was er noch hat Ich will mich mal interessieren, was er noch hat, mal schauen eigentlich ein brauchbares item und ja er hat sich aufgelöst und jetzt mit Isra angreifen und dann mal schauen was es abzieht das war's schon okay wir können ja nicht mehr verklauen ist down so ist das problem dann die ballermann müsste kriegen wir doch aber der oga stop ist wichtig auf jeden fall 7 ap alter alter heavy 7 ap sind schon heftig geschafft oh wir bewegen uns wieder aber irgendwie viel langsamer als vorher hey lauf mal gefällig schneller und sei doch nicht so grob zu dem armen tierchen schließlich transportiert uns das ist doch brav und das trotz des schrecks von vorhin moment mal was denn jetzt werden wir wieder schneller na also ein bisschen gut zu reden bewirkt ein wunder nicht ganz die wird sie doch der basil ist der verladen das viech jagt uns das sieht gar nicht gut gut aus bei diesem tempo rasen wir noch entrer vorbei das sieht jetzt nicht so gut aus würde ich sagen und tschüss hat sich hier vorbeigerannt rast tschüss tschüss ich glaube wir sind gerade vorbeigerast so ein miss bei dem affenzahn aufsteigen wäre ein glatter selbstmord der wird sie mal vorne na was äh ein weg oh nein wir stützen ab festhalten ist das der ausgang das hat sich nicht sehr gut angehört aber das finde ich haben sie auch cool gemacht ähm ein bisschen aus videosequenz und dings mut 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 kling ah die ist immer noch da ok königbra ne achso zon war das ok gut wo kann sagen warum soll ich den eigenen Namen holen aus dem weg unwürdige durchlassen ich habe fehl von königbrainer hatten euch zwei nicht durchzulassen was ist euer anliegen ich überbringe es äh was hat sie gesagt an den nächsten sprecht die erwarteten gäste sind eingetroffen sollen wir sie durchlassen ich werde mich bei ihrer meisterin erkundigen rührt euch nicht von der stelle oh exzellenz jawohl wow sie hat aber viel gesprochen jetzt giri hat ihnen eintritt aber ihr braucht nicht wieder zu kommen was soll das heißen irgendwas ist über den verlust des staatschatzes äußerst erzürnt sie möchte eure beiden gesichter nicht mehr sehen und jetzt geht sie holen das war aller erschreck und was jetzt sag ich alleine können wir nicht überleben auf jeden fall müssen wir schnell die gäste herein lassen sag ich sag das mit den sag ich und sag ich und so nur manchmal manchmal geht es mir ein bisschen auf den sack sonst sage ich das nicht immer ach ja was für ein wundervoller anblick ah da kommt schon wieder ist was mach den weg frei ich bin auf das gesucht gesucht von königbrainer ist persönlich hier also spiel nicht so steh ich nicht so auf ich hoffe ihr schlagt vor ihrer majestät einen passenden ton an was soll das heißen hast du eigentlich einen schimmer davon mit wem du es dir zu tun hast ich bin lami auch genannt die venus unter den jägern bis jetzt habe ich noch jedes opfer gelegt klar aber das war jetzt aber sehr nettes kompliment euer exzellenz euer king brauner welche welche ehre von euch persönlich empfangen zu werden und deshalb freut mich euch bei besser lauten nun aber was macht ihr denn für ein saures gesicht hm den umgang am hofe musst du wohl erst noch lernen wo hast du nur diese mann hier her mit verlaub euer exzellenz ihr habt mich aber sicherlich nicht gerufen weil ich für meine guten manieren bekannt bin oder pah zwei zwei dinge sollt ihr für mich erledigen den staatsschatz wieder beschaffen den präsident gerade erwähnt hat äh als sie reißaus reißaus war und außerdem gibt es unter ihnen einen schwarzmagier sowie den da drüben er muss beseitigt werden schwarzmagier was soll das sein das sind sehnlose marionetten ich kann nicht zulassen dass eine fehlkonstruktion umherwald und dann dem feind in die hände fällt ich weiß zwar nicht was hier bei hofe vorgefallen ist aber was soll mit äh äh geschehen falls sie wieder schon leistet euer exzellenz pah nur der staatsschatz ist wichtig die freche gehöre genießt keinerlei priorität wenn dem so ist kann ich endlich wieder meinen kleinen freund hier sprechen lassen ich werde euch den schatz sicherlich äh eher bringen als dieses sehr muskelprotz da drüben auf ein baldiges wiedersehen hoheit und sagt dann jeder der präsident hört sich ein affenähnlicher junge auf ach dieser wiederhähnliche affenjunge wenn du den gleich miterlebt bekommst du eine extra belohnung scheint ja ein volltreffer zu sein die welchen wir zuerst verknöpfen dein auftrag kannst du also als als so gut wie alleisch betrachten sorry für meine lesekünste leute ähm es ist ja sehr spät und für die jetzt noch exzellenz eure flotte befindet sich bald in küstennähe die rote rose steht zum auslaufen bereit endlich ist es soweit wir brechen unverzüglich auf wo wollen wir jetzt hin hm das werden wir noch erfahren leute zinnengebirge ja das ist ein sehr mysteriöser aus soviel kann ich euch jetzt schon mal sagen mu- mutter äh 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 baby dann leben wir also noch wo wo sind wir hier im zinngebirge in der nähe von schloss lindblum zinngebirge lindblum dann ist die garantie da wohl über unser zieh hinaus geschossen was ist mit Seele Shadow und Vertrix und mit David er ist nicht umschauen gegangen Herr Kitty auch schon wach bist du in Ordnung ja aber David was ist mit den anderen tja das wüsste ich auch gerne wir haben ja schließlich eine ganz schöne Strecke zurückgelegt aber Markus und Blank sind ja auch bei ihnen macht ihr mal keine Sorgen und es geht ja auch bald die Sonne auf ich bin mir sicher dass ihnen die Flucht längst gelungen ist und sie in Träno schon nach uns suchen vielleicht können wir uns in Lundblum ein Luftschiff be-be-beborden vom Sintor ist es bis nach Träno nicht mehr weit stimmt oh ein Feind das hängt von dir ab mein Sohn mein Name ist Ramu diesen Namen habe ich irgendwo schon mal gehört in einer alten Schriftstück über die Bestie an unseren Schlossbibliothek ist mir der Name schon einmal begegnet ihr seid nicht etwa der Donnergott Ramu? ist dir bekannt dass Clara durch deine Bestie völlig ausgerecht wurde mein Kind die Bestie gehorchen dem Willen ihrer Beschwörer die dunkle Habgier des Menschen der sie beschwor würde zu dieser Tragödie aber oh nein Mutter was hast du nur getan ja sie hat Olin eingesetzt nein es war nicht es war mir nicht bekannt dass so etwas vorgefallen ist und ich konnte nichts dagegen unternehmen ich bin völlig machtlos es ist nicht deine Schuld Kitty die anderen waren sich dessen auch bewusst deswegen sind sie zurückgeblieben die anderen so ist es nicht du warst der Auslöser für dieses Unglück aber lass mich dir noch eine Frage stellen was wirst du als nächstes tun? hätte ich doch nur mehr Kraft würde ich doch wenigstens wieder die Macht der Beschwörung erlangen ich habe eine Bitte an euch leiten mir eure Kraft willst du den gleichen Fehler noch einmal begehen? ich fürchtete mich vor der Beschwörungsmagie und dem Bestie aber ich werde nicht mehr wegrennen oh guck mal nachdem ich meinen alten Herren verloren hatte ist viel Zeit vergangen in der ich nur in dieser Welt herum umher wanderte ob du meiner Herren würdig bist muss ich noch zeigen und dafür musst du dich einer Prüfung unterziehen sodass ich Gewissheit erlange fünf meiner selbst werden sich hier in den Gewässern Felsen und Wäldern verbergen sie werden dir Kapitel der Erzählung eines Helden schildern suche die einzelnen Bruchstücke und vervollständige sie zu einer Geschichte erzählst du mir eine gefällige Geschichte so werde ich deiner Bitte vielleicht nachkommen verzeih wo wir doch für so etwas eigentlich keine Zeit haben ach was das passt schon wir helfen die Kitty David Vivi ich danke euch so ok Leute so oh oh dann wir erstmal speichern ok den nutzen wir natürlich das mal zuerst warte mal ne wir gucken uns mal die Leute an hier Halt ich will mal gucken was er den Ogerstock hat dann können wir speichern Stopp Bio und Saugen geil aber ne ich wäre es Bitzra fertig machen und dann würde ich erstmal ein Ding fertig machen ähm feuerer und dann Ogerstock gut Leute wir machen uns mal die speichern jetzt erstmal und dann können wir weitermachen im nächsten Part dann so erstmal speichern hmmm mach mal so so Leute und damit beende ich den Part ich bedanke mich auf jeden Fall für's Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 9 haut da rein ich wünsche euch was ciao ciao ciao